Hallo zusammen, in diesem Video nehme ich euch noch einmal mit nach Miami, denn es ist das letzte Video von unserer Reise, die wir im April gemacht haben, also die Kreuzfahrt mit anschließend nach Miami. Wie ihr seht, ich hatte schon wieder vergessen, ein Intro dort zu drehen, deshalb Gruß aus diesem heimischen Wohnzimmer jetzt wieder. Ja, und in dem Video nehme ich euch mit auf die Tour. Wir haben dort also eine Bustour, quasi eine Stadtrundfahrt im Bus gemacht, wo wir dann auch noch zum Beispiel in der Trawanne ausgestiegen sind, später noch eine Bustour gemacht haben, zu den Villen der Reichen und Schönen oder daran vorbei. Ja, und was wir sonst noch alles so an unserem letzten Tag dort gemacht haben, inklusive Strand und so weiter, das seht ihr dann jetzt in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.